Hi Elvis. Ja, der 23. April 2020. Das ist das Datum, an dem du mich angeschrieben hast. Gemeinsam mit dir Elvis eine Social Media Agentur zu gründen, ja das war ein Traum. Und wie sagt man so schön, Träume sind dafür da, um sie umzusetzen, sie zu verwirklichen. Und deshalb machen wir uns sofort auf die Suche nach dem perfekten Namen unserer Agentur. Wir wollten anders sein, anders als alle anderen hier in Oldenburg. Wir wollten konkurrenzlos sein. Wir beiden haben in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mehr Zeit miteinander verbracht, als irgendwie auch ein anderes, der es nachvollziehen kann. Und darüber bin ich sehr dankbar, Elvis. Wir haben gemeinsam angefangen und gestartet. Und ab hier liegt ihm unser gemeinsamer Marat. Und genauso wie wir es unseren Kunden kommunizieren, Social Media, aber auch konkurrenzlos, ist kein Sprint. Es ist der längste Marathon, den wir je gerannt sind. Wir dürfen hinfallen, wir dürfen uns verletzen, doch wir dürfen nie das Ziel aus den Augen verlieren. Wir dürfen uns verletzen, aber wir dürfen uns verletzen, doch wir dürfen uns verletzen. Wir dürfen uns verletzen, doch wir dürfen uns verletzen, doch wir dürfen uns verletzen, doch wir dürfen uns verletzen. Ja, so schnell sitzen wir hier in unserem Büro nach zwei Jahren Und erstmal muss ich realisieren, was in den letzten zwei Jahren passiert ist Es waren Aufs und Abs, es waren Emotionen, es waren Tränen, ganz viel Lachen Und das alles mit euch gemeinsam Aber erstmal möchte ich ein fettes, fettes Dankeschön an dich sagen Elvis Ich glaube wir haben uns vor zwei Jahren gefunden Auch über Social Media, so wie es ja hier auch irgendwie in dem Video gezeigt worden ist Und an dich erstmal ein riesengroßes Dankeschön, dass du mich so aufbaust Dass wir durch dick und dünn gehen können, dass ich mit dir über alles sprechen kann Dass ich in dir aber auch einen besten Freund gefunden habe Neben einem Geschäftspartner, das ist für mich auch nicht selbstverständlich Deswegen ein riesengroßes Dankeschön Elvis Und ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele weitere Projekte und Jahre mit dir Und das nächste große Dankeschön geht natürlich an das Team An das gesamte Team, was uns die letzten zwei Jahre verfolgt hat Auch diejenigen, die uns verlassen haben Die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind Sowohl positiv als auch negativ Es gehört alles mit dazu Und ich bin super dankbar und freue mich auf die weitere Zeit Ich freue mich auf euch Ich freue mich jetzt hier mit euch heute den Tag zu genießen Mit euch zu feiern und richtig abzuschalten Und ja, auf ganz viele weitere Jahre konkurrenzlos Euer Finn Ich freue mich aber natürlich Vielen Dank.